Das ist halt asozial die ganze Map hier draus. Das ist nicht immer nur an einem Spot. Okay. Ich weiß, auf der Map gibt es eine Aufnahme, wo ich die ganze Zeit mit den G-Dings rumgerannt bin. Ja, das war richtig. Das ist genau diese Map mit G. G? Ja, Mann, das Spiel hat Pitchco auf die Welt gebracht. Kann man nicht so anders leuten. Gesundheit. Bei mir spinnt das. Warte auf das Spiel, wir gehen durch den Host, Junge. Der Host, Alter. Der Host leckt wieder rum, der Wichser. Der Ho. Warte auf die Ho, bis du bam. Hä? Hallo? Komm nicht rein. Hallo? Ich bin zu fett, Alter. Ich komm auch nicht rein. Jetzt. Ihr habt auch alle Speckbusen wie wabeln. Letzte Digga. Alles im Pool sammelt. Was soll ich sammeln? Die Sachen haben alle im Pool. Weißt du, wo das Pool ist? Ja, ich glaube, ich finde ihn noch. Bin mir nicht sicher, aber ich weiß, wo ich hin muss. Also, wie ich ausschau. Auch die Medikets am Pool? Ja, alles. Eigentlich. Medikets habe ich weiter hinter, in der Mitte. Ja, oder so. Du mit deiner Mitte ständig, Alter. Wo ist denn bei dir die Mitte, ey? Ja, die Mitte. Die goldene Mitte. Wow, ich bin auf der Toilette. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Oh no, was ist passiert? Sie ist aufgewacht. Die Spider-Woman. Ich habe Pfandnö gemacht für Yassin. Oh no. Wieder die Schlampe. Oh no, 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 no. Ich habe auch kein Pfandnöchen. Oh, ich muss alles keep es. Schon wieder die Schlampe. Welche Schlampe? Ich habe Pfandnö gemacht. Mail. Aber es ist immerhin kein Symbol in der Höhle. Immerhin, ja. Kras, okay, das seltsam. Das ist draußen. Hier ist der Pool, richtig? Den da noch? Ja, letzte Digga. Wenn du noch einen anderen gefunden hast, kannst du ja beschuldig sein. Warte kurz, Marvin, du Huren. Die Eier, die ich finde, auch einfach hinlegen zum Pool. Ja, das kannst du nicht verhindern, dass du geklaut hast. Ja, das kannst du nicht waschen, da brauchen wir wieder das Wasser, ne? Zum Reinigen. Du kannst sie nicht waschen, das ist nicht schreckt, verreckt. Deine Mutter erneut abgeleckt. Die Fotze deiner Freundin, du wirst hier niemals leugnen. Steckst die Steam-Decke in die Fotze, du besser schaust mir in die Klotze. Deine Mutter auch nicht gelöst. Warte, was? Warte, du steckst dir die Steam-Decke in die Fotze. Ach du Scheiße. Ah, ich höre die Kotzen, Wistie. Ich will das Eier haben. Das hört sich aber nicht nur Kotzen an. Klar, die kotzt Eier aus. Eier brauchen, Eier. Mach mal. Eier. Mää. Wo ist die Fotze? Steam-Decke. Ach, die ist oben wahrscheinlich. Das kann sein. Warte mal, bald kommt die neue Map, die wird alles ficken. Auf die Uhr? Die haben es sogar verschoben, ich glaube, das wird krass. Die haben doch erst die neue Map gehabt, krass. Die neue, die neue Dicke. Die Dicke. Letzte Dicke. Steam-Decke. 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 Spieh die Spieh, du. Where are you? Er wollte gestern Quatsch und Kommunikation aufbauen, Dicke. Er schaut sich lieber Zauberer schon an. Der macht Gabel um ihn. Ich hab was gefunden. So ein Mittel. Ja, das musst du zum Pool bringen, dann machst du das Wasser. Und ein Schlüssel. Raum 1. That's nice, Junge, welcher Charakter redet da so? Ich. Meiner. Nee. Bäh. Ihh, da schwimmen ja kleine Spinnen in dem Wasser, das hab ich jetzt erst gesehen. Ihh, echt jetzt? Ja. Wo denn? Musst du beim dreckigen Wasser gucken, das wird da angezeigt. Ich seh doch keine Spinnen. Hier waren grad welche. Jetzt schauen wir gleich wieder. Was du wieder gesehen hast. Schütz-Förig. Hä? Da waren doch grad welche. Hey, wo ist denn mein Ei jetzt hin? Ach da. Wo ist mein Ei, Dicke? Letzter, Dicke. Kann ich das Ei jetzt vielleicht an seinen Platz bringen, oder wie war das? Nein, wir sollten das mal sammeln. Ach stimmt. Und dann müssen wir das Ritual... Ich hab das Feuerei. Mann, wo geht's denn hier hoch? Kannst du bitte kotzen, Spinne? Ja, der hat oben irgendwo gekotzt, aber ich weiß nicht, wo's hochgeht. Kutsi-kuts. Kutsi-kutsi-kutsi-kuts-kutsi-kutsi-kutsch. Einmal Kontsin für Mama. Aha, Küche. Hier oben liegen noch nur Mee The Cuts. Mee The Cuts. Okay, wir haben oben einen Stier. Der Stiernack. Ah, die Spinne hat ein Ei auf dem Kopf. Hier unten, gegenüber von der Küche, ist das Schwertsymbol, falls sich das was bringt. Hier ist es, das Feuer ist in so einem großen Raum, gegenüber so einem Pool. Ja, das Wasser, hier sind keine Spinnen im Wasser. Ja, jetzt nicht mehr, am Anfang waren da welche. Ja, ja, du wirst irgendwas... Boah, Junge, hier ist ja wieder nichts gewaschen, ey. Ich hab mein Ei gefunden! Ja, dann bring's mal her. Und ein Wasser, könnt ihr mal zu mir hochkommen? Ja. Letzte Digga, was ist das denn, Batterie? Da ist ein Wasser und hier ist auch noch ein Wasser. Ja, wir sammeln. Wo ist das denn überhaupt? Ich glaube, in der Küche. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wo ist der Puli? Pool, wo bist du? Ich find den Pool immer nicht auf Anhieb, verdammt. Ja, der muss auch umdrehen. Ach, da bin ich. Mach es, Eier können nur gereinigt werden im Sauberen. Ach ja, ich hab ja das Ei, ich Idiot. Der kommt. Hast du mein Geld zusammengefarmt? Na, aber ganz bestimmt, Winston. Dinger Pippo, Alter. Dinger Pippo, Alter. Hab ich das Soundpad gehört? Er steht rum, ich wusste ganz genau, was er macht. Ich guck ihn so an, er steht rum, ich check's so. Stimmt hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Weiter ist Kropfing! Letzte Digga! Ich weiß nicht, ob das Gamecorps noch hier reinkommt und uns mal zuhört. Ich warte nur, ob das Gamecorps noch hier reinkommt und uns mal zuhört. Ich maul! Voller Maul! 1, 2, 3, 4, ich glaub uns wurde ein Ei geklaut. 2, 3, 4, ich glaub uns mal zuhört. Ne, 4, ich glaub uns mal zuhört. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Marvin denkt er wäre relevant für Gameforge, Digga. Er kommt nie online, er denkt Gameforge kommt. Er ist nicht mehr relevant, wenn sein Server online ist. Gott, ihr seid so gemein. Was hat Marvin denn gemacht? Hat mich immer da ausgeklärt? Ne, stell dir vor, er guckt grad das Video auf seinem Fernseher. Auf sein Handy. Du Pitch! Ja, weil Marvin hat ja jetzt ne Alte und da kannst du ja sowieso denken, dass es selber niemals online kommt. Echt, er hat ne Alte? Ja. Ach, die von, von, wie heißt's? Ja, anscheinend hat er ne Alte. Ja, jetzt hat er oft gehabt, sorry, aber... Mal gucken, wie lang. Ich hab noch ein fünftes Ei jetzt gefunden. Weißt du, ist ja Marvin, aber trotzdem liebe ich auch, wenn er das Video hier anguckt und er weiß, wie labern über ihn. Der ist nicht sauer. Weil er selber weiß es so. Weil er weiß es so. Marvin, du Pitch. Ich warte nur noch bis der Gameboard hier reinkommt. Ich warte nur noch bis der Gameboard hier reinkommt. Ich warte nur noch bis der Gameboard hier reinkommt, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist so! Das ist so! Das geht Mord! Das geht nicht nur, Mann! Ich warte nur noch bis das Gameboard hier reinkommt! Hey, ich hör dich! Oder war das ein Sound? Oh, ja. Ja, motherfucker, ey! Ja, Motherfucker, ey. Ey, Arnus, wann gehst du eigentlich mal wieder Blumen sammeln? Ja, Motherfucker, ey. Oh, Roblox. Ja. Entschuldigung. Ähm. Ah, spinne Siki. Weiß nicht. Macht allein keinen Spaß. Das Beste war... Das ist so ein Schaden, irgendwie. Das Beste war, äh, unser Halloween. Wo wir am Ende nur noch für die Rüstung hier Stunden standen. Ja, Candy Simulator. Ja, du bist so behindert. Ja, das war da. Da brrrr, Junge. Was, Bro? Ja, Motherfucker, ey. Ja, Motherfucker. Bruder, wenn du eine Stimme von mir im Video hast... Ach, du bist so... Halt deine Fresse! Du verfickter Eselkopf. Findet kein Reim. Findet kein Reim. Findet kein Reim. Findet kein Reim. Den kenn ich gar nicht. Findet kein Reim. Findet kein Reim. Hey, 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 Kollege. Ich dachte, das ist dein Haustier, Alter. Du hast keine Reim. Du hast eine ganze Welt. Deine ganze Welt. Ich sag's wie Junge. Hast du dich Schaden, Alter. Geht ganz, deine Mutter immer noch. Wenn wir ein Fan... Oh, meine Zuschauer sind jetzt weg. Ich glaub, wegen dem Sound. Oder, Gang, ja, klein. Du behinderte Spast, Alter. Hier. Ich hab so geschrieben. Geh... Die letzten fünf Leute, die da sind, ich mach mein Live jetzt zu. Wir kommen heute Abend wieder. Du behinderter Spast, Alter, hier. Ich hab so geschrieben. Die haben gerade in der Konferenz. Wir haben jetzt schon fünf Eier, wir können ja schon mal die machen jetzt. Ja, ich bin kurz aufgegangen, also live. Weg. Die Arme, Leute. Ja, sie sind immer weniger geworden. Ich hab ein Scheiß-Mädchen-Spiel-Arme nach oben. Und so, ne? Oh, die ganze Beine hat einen schwarz-blosen Esel pflückt den Esel-Ficker. Er sagt zu mir, geh groß oder geh klein. Du behinderter Spast, Alter, hier. Ich hab so geschrieben. G? G? Was wir machen können, am besten immer den Raum, wo wir benutzt haben, die Tür zu machen. Dann suchen wir dann nicht jedes Mal. Warte mal, die lacht irgendwie. Immer den Raum, den ihr benutzt habt, die Tür zu machen. Weißt du was? Ich spür mein Herz im Hals. Stimmt eigentlich. Hey. Und dann gucken wir dann nicht jedes Mal hin. Wo ist die? Die kommt immer aus dem Nichts, die fette Hube. Soll ich schon ein Ei mitnehmen? Ja, klar. Ich hab den Totenkopf. Wo ist die dann? Und? Ah, da ist sie. Ich hab's gesehen. Lampe. Wie hat's dich erwischt, Alter? What the fuck? Ja, weiß nicht. Die war auf einmal so schnell. Und die und Yassin, Alter, schnell von der Eierstöcke da drüben. Ah, Yassin, hast du das Totenkopf-Ei? Nein. Ich hab das Totenkopf-Ei gehabt. Was sei gehabt? Ja. Der Tolle. Hat die Spinnen direkt geklautert. Hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, das ist unten aufm... Alter, hier sind Spinnen, die klauen... Eier! Das ist in der unteren Etage, das Totenkopf-Ding. Ich bin hier nicht raus, verdammt. Wo hat die gekotzt, die fette Hube? Wo denn, Blach? Hier? Hier irgendwo. Hier hab ich's gesehen, irgendwo. Ich bin verrückt. Verpiss dich. Ja, das war hier. Da, da. Hier. Bro, hinter dir. Da, da, da. Ich hab dich... Hallo! Hier! Soll ich machen? Äh, noch nicht. Warte, bis ich die wiederbelebt habe. Aber bleibt da schon mal stehen. Digga, diese kleinen Wickspinnen, ey. Ich fick eure Ärsche. Ich bin hier nicht raus. Ja, ich seh dich schon. Bleib da einfach. Oh, du mit geistig Behinderd, ne schwanzlosen Eselpflückende Eselficker. Ammonakodumon. Er sagt zu mir, geh groß oder geh ja klein. Was ist das? Behinderter Spaß, Alter. Hier. Ich hab so geschrieben. Ich hab Spenat noch. Ach nein, da haben wir ne Götnis. Ah ja, und... Mal schauen, wenn der Papa da ist, wie ich am Auto... Geh da raus, damit ich die Tür zumachen kann. Achso, warte kurz. Der Raum ist schon benutzt. Oh, hoppla. Ich fang an. Oh, hoppla. Ach, da geht... Digga. Da haben wir so verloren sind. Der Erste macht dann die Tür zu von dem Raum. Also hier ist ne Toilette, die können wir... Ach so! Huuuuh! Halt, die findet mich bestimmt wieder. Ja. Natürlich findet sie mich. Ah! Was kommst du denn her? Du fette Schlampe! Ihh! 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 Hoffentlich ist sie nicht da! Ah, nein! Die war am Pool! Ich hab die gestunnt! Ich bin durch! Lass mich Arzt! Uhhh! Oder ist sie die Schlampe? Ah, ich bin tot! Hilfe! Lauf! Ich hab sie gestunnt! Lauf! Ich lebe immer noch! Ich hab sie gestunnt! Bin ich echt in Komm? Ich hab die dreimal gestunnt! Also so angeleuchtet! Die Schlampe! Ich hab keine... Ich hab keine Angst mehr von dir Moruk! ich bin jetzt nicht mehr jetzt brauche ich keine armst mehr haben wir haben den toten kopf benutzt ja gell ich glaube jassen hat ihn benutzt ja mach doch mal die tür zu land hab ich doch ich war schon die waren wieder auf hey war lander ich hab nicht ich hab zugemacht ich kann zum video sehen die spinne macht tür auf soll ich ein ei mitnehmen oder ja aber nur ne ich würde erst das symbol suchen die ganze zeit im stream wir warten nur noch bis geht wo du uns zuhörst ich würde immer erst das symbol suchen irgendjemand macht hier for real die tür ständig auf ich hab den toten kopf der war doch oben oder ich dachte das war so ein ziegenkopf oder was das ist ja wenn ihr mir sagt wo ich hin muss dann mach ich den raum auf was hast du da für ein symbol überhaupt das ist ein junenstern oder was das ist was ist das land zeig doch hallo ja ich seh es nicht wie und hier schmeiß mal gib mal ach ach achtung die schlampe wird böse ich weiß dass das hier oben war ja das war irgendwo oben da ist ein ei ich hab eins gefunden tüze du hast mich einfach rausgesperrt ich hab's gesehen alles gut du mein schlampe hier ist der judenstern ach komm ey ich war doch gerade da ey ich hab's gesehen ich geh das fötus waschen wenn ich die waschanlage finde what the fuck warum lach ich so dreckig jetzt beginnt der spaß wo ist die schlampe keine ahnung oh die hört sich verdammt laut bei mir an ey verdammt du bist alleine mann ich weiß ey die kamen aus nichts aus der hülle kam die soll ich runter ich kann runterspringen hier ja bro komm runter aaaah die spinne sicky die spinne will eil klauen digga letzte digga ich bin unten frisch ausgeschissen die sau ich komme ah abo 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 ich bin auch zurück oh da bin ich auch ich bin neben jasen 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 alter kannst du jasen oh nein das ist ne fette schwinge ich brauch midi cut der jasen der jasen euer der jasen midi cut midi cut nein hilfe bleib stehen bleib stehen bleib stehen und jetzt rennen die war doch dort ne die ist irgendwo ja hast du jasen hoch geholt ja der ist doch hier oder hilfe ich hab angst aaa o wo ist sie wo ist sie das auge das ich hab das ist oben das weiß ich ich bin bereit ausschüttigung weg sie ist auch bereit sie ist auch bereit für jeden stand weg 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 sie kommt einfach rein offener sonntag ey tag der offenen tür verpiss dich du mistfotze hab ich keine angst mehr blöde schlampe die ist wild unterwegs bruder raum 8 also passt auf das auge haben wir noch das auge was wir brauchen ja ich hab das ich hab das ah das fasst du ok ja perfekt schatz hast du noch ein ei was du brauchst warte 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 ich hab ein ei ich hab ein welches hast du aber ich muss waschen ich hab die beruhigt ich hab die beruhigt ok perfekt ja wir ficken die sie wird mich ficken sie wird mich ficken aah 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 shit ich bin hängen geblieben fuck wo bist du hängen geblieben am pool am pool am pool ey Pyramide hab ich auch gesehen ja Pyramide ist oben draußen ne ah ne oder ne ne vor der Hülle ist eins und rechts daneben ist noch ein Raum da ist na hol mal hol mal hol die mal ich bin drüber aufm Weg zu Domme ich mach noch nicht ich mach noch nicht sag Bescheid aber ich brauch erst ein Medik-Hilf mach'n nein ich muss dir das holen mach'n dann ist sie gestunt hol'n Medik-Hilf schnell 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 ich mach jetzt ich bin schon da ich bin schon da heb mich auf Medik-Hilf hier jetzt sie ist gestunt los Domme wir brauchen noch zwei Eier verdammt wir schaffen das wir haben immer noch keinen Raum-Einschlüssel Mann nur Spinnenschlampe ich hab den 1er doch sie hat denn sie muss aufmachen du musst mir nur sagen wo der ist ja oh Mann ey du bleibenschlampe ich hab'n Ei ich hab'n Ei cool ja bring das mal her ich bin schon Nioh ich opfer mich für das Ei los schnell geh'n mach'n sauber ach so jetzt soll ich sauber machen Arme Nacken oh nein sie sieht mich nicht ne ich lenke sie ab ich mach'n undercover Eye Cleansing Dixi auseinander genommen ich sitz hier einfach ey ich hab'n keine Angst mehr von der blöden Sau hä? der hat rote Augen der hat mich ja in verrückt 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 hä? what the fuck okay Domme ähm ich ne Medikit mit und hol' Yasin ok? ja ich mach' das achte Ei äh das neunte ich mach' aber kurz den Pool sauber ih das sind Spinnen im Pool oh mein Gott sie rastet aus Hilfe ich bin da okay Schatz wo denn? ah ich seh' dich warte ich versuch' schnell zu kommen wir brauchen noch ein Ei nicht von den Spielkind lassen bitte nicht ja ja ich pass' auf mach's schnell sie rastet aus doch runter mach dein uv- fuck oh nein ey ey hol' mich bitte irgendwann warte ich bin hier ja er hat ihn erst ich hab'n Medikit bei mir fallen lassen ja ok ey ich bin draußen beim Pool in der Nähe bei wem du näher bist scheiße Digger scheiße Digger sie ist hier mit dir die ist bei mir die kommt ey nein bitte nicht Digger oh ne ja ging nicht die ist viel zu schnell ja ja pfff schade schade das war aber knapp beim nächsten Mal schaffen das war mein Fehler ja guck wenn du zu viert bist easy wir hätten das auch so geschafft ich schwör aber die scheiß Spinnen haben mich überrampelt ich hätte einfach umdrehen sollen egal nochmal jetzt schaffen wir's ich ignorier dir mal das Ding ich ignorier dir mal das Ding oh nein wir sind nur im Gift CTN ach 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 er hat noch nicht zu Gimin am großen Pool hä 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 Vielen Dank.